Du zu Zufall, ich rasiere. Ich habe aus Versehen geschmuckt, aber ist das in Ordnung? Nein, ich weiß nicht, aber... Wumm, wumm, roter Ferrari. Ich sitze tief in einem Ferrari. Wumm, 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 roter Ferrari. Yo, was geht ab, meine Westen? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Rappen in der Öffentlichkeit. Heute bin ich am Rheinparkcenter in Neuss. Mero und Eno haben eine neue Single rausgebracht. Und die türkische Hook, die gefällt mir da am besten. Ich werde mal schauen, wie mein Türkisch so ist. Und viel Spaß mit dem Video. Rote Ferrari, ich gebe Gas in einem Ferrari. Wumm, wumm, wumm. Rote Ferrari, ich gebe Gas in einem Ferrari. Wumm, wumm. Rote Laura, wir reden, wir gehen, wir gehen. Das war nicht gut, ich wollte Ihnen mal eine Stimme zeigen, aber das war nicht schön. Jungs, darf ich Ihnen was vorsingen? Ich möchte zu DSDS, also ich war schon mal bei DSDS. Ja, dann fang mal an, los dich wettern. Und da bin ich halt weitergekommen. Echt? Ja, sing uns drauf. Ein bisschen Abstand. Bisschen Abstand? Ja. Janından geçelim. Sonnunu bile bile ara bana. Sonnuna gidelim. Janına gecelim. Sonnuna bile bile ara bana. Aber nicht nur fliegen. Nee, das war nicht türkisch. Ja, du kannst ja türkisch singen, das hat völlig in Ordnung. Aber nicht nur fliegen. Du kannst es deutsch und kannst es türkisch. Aber bei DSDS würde ich eher deutsch singen. Ja, deutsch, ne? Die Leute wollen verstehen, was du singst. Deutsch oder Englisch? Welches Casting? Ja, das ist jetzt in Köln. Oder bist du? Ja, nee, mach. Traur dich, ja, traur dich. Muss man sich traur? Aber nicht nur... Versuche ein bisschen mehr. Ja, das tut so gut. Ja, ist okay. Ja, ist ja. Mala, los! Hast du das gut gesungen? Warte ich nicht. Darf ich hier was raus und kurz? Nee, danke schön. Sieht das gut aus? Ist das gut? Ist das gut? Zu, 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 will es hier, rass keiner! Okay, noch mal. Zu, 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 will es hier, rass hier! Ich hab aus Versehen geschmuckt. Aber ist das in Ordnung? Nein, eigentlich nicht. So lange hier nicht getroffen werden, ist das okay. Dann kannst du zuhause einfach. Zu, 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 will ich rass hier! Haben Hunger, ab jetzt! Das Gute, ich wollte singen einmal. Ist gut? Hab ich gut gesungen eigentlich? War gut, Stimme? Ehrlich? Ja? Heftig, danke. Ja, Mann! Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Gebt dem Video ein Like und vergisst nicht zu abonnieren, Freunde! Die Glocke zu aktivieren und bis zum nächsten Mal! Peace! Ich rufe, euch bitte zu bear sulla Tag! Jetzt neu-